DANGER CLUB FOTO SAFARI Wir können eine Menge Geld machen, wenn Sie die richtigen Fotos schießen. Aber Vorsicht, wenn Sie sich diesen Fleischfresser mehren. Nochmal ein Briefing. Die reichen Action-Fans des DANGER CLUBS bieten dem Jurassic Park ein Vermögen an. Wir brauchen einen Safari-Experten, der in den Park hinausgeht und Action-Fotos von Dinosauriern schießt. Sehr gerne. 200 Punkte erzielen. Erzielen Sie 200 Punkte, indem Sie Fotos von den Fleischfressern des Parks schießen, wie sie jagen, kämpfen und fressen. Los geht's. Ja, ich höre schon ein Tyrannosaurus-Rex. Das soll unser erstes Opfer sein. Uah, nein, uah, ah. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung hier gewöhnen. Da hinten haben wir wieder zwei Raptoren. Die jagen. Und der eine hat gerade einen zu fassen gekriegt. Haha, geil. Genau in dem Moment, wo sie sich gegenseitig anfallen. So, man sollte natürlich auch hier die Raptoren nicht umdieten, obwohl sie gerade Amok laufen. Weil, wie gesagt, es gibt 25 Strafpunkte. Oh Gott, wie kommt ich denn jetzt hier vorbei? Hau ab, du Raptor. Ah, geht weg. Geht weg. Geht weg. Was war das denn? Klasse. Ich bin am Arsch. Ein Berg, ein Berg, ein Berg. Ein Berg, muh. Hallo? Kann ich oben bleiben? Ich brauche noch 85 Punkte. Haha, 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 haha. Oha. Ausgezeichnet. Ja, das soll es gewesen sein, oder? War es das schon? Alter, mies. Nee, Rest 3. Fünf Schüsse noch übrig. Ich brauche drei Punkte. Das ist ja wohl machbar. Buh. 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 Buh, gib mir das Geld, gib mir das Geld. Wunderbar. Diese Fotos sind echte Reißer. Die werden dem Danger Club gefallen. Ja. Danke. Fünf Sekunden länger. Und ich hätte einen neuen Wagen gebraucht. Oh. Oder einen neuen Dinosaurier. Guten Tag. Ja. Verstehe ich nicht. Supergeiles Bild. Jetzt brauche ich einen neuen Wagen. Und einen neuen Dinosaurier. Ja. Doch, kann man nehmen. Ja. Prima. Dann erst mal. Ja.